Hallo, Thema heute ist die aus Versehen rausgekommene illegale Geheimüberwachung der Bürger durch den BND. Wieso? Leute überwachen ist doch nicht schlimm. Lasst uns weiter blind der obersten Heeresleitung vertrauen, das ist seit 1933 bewährt. Vertrauen ist was für Nostalgiker und sollte per Gesetz durch zeitgemäße Panik ersetzt werden. Ich hab Panik, dass irgendjemand meine Helene Fischer Sexfotomontagesammlung von meinem Smartphone runter wegdownloadet. Meine Nachbarin ist verhaftet worden, weil sie sich im Internet das Grundgesetzbuch gekauft hat. Bücherleser sind alle verdächtig, Bücher machen schlau und schlaue Bürger sind gemeingefährlich. Aber wenn alle Daten öffentlich werden, kriegt doch jeder mit, wie irre wir alle sind. Ehrlich Leute, der BND ist ja dafür da, Feinde der Demokratie zu überwachen, also soll der doch bitte nur noch sich selber überwachen. Schnauze hier heimlich, tuer, wer hier bespitzelt wird, bestimmt nur ich, hab schon gleich nach der Wende alle meine Verwandten verwandt. Nun, wer sogar seine Verwandten verwandt, darf nicht wunderig werden, wenn ihm das eigene Volk durch Missgunst abgespenstigt wird. Lass den Merkel in Ruhe. Ja, Vermandschaft ist doch Privatsache. Genau, außerdem sind illegale Daten die beste Staatseinnahmequelle, wenn das mit den Waffendeals und Organverkäufen mal nicht mehr läuft. Bei Kohle und Moral hört bei mir sowieso jede Verwandtschaft auf. Oh Gott, bin ich erleichtert. Wir treffen uns alle um vier zum Merkel-Dankfest in der Kirche und zünden zum gebeten Ne Katze an. Ja!